Große körperliche Belastung, hohe Schnelligkeit, intensiver Körperkontakt und die Fähigkeit blitzschnell zu reagieren und umzuschalten, all das fordert Handball. Die Spieler der OSC Löwen sind genau das gewohnt und versuchen in der Saisonvorbereitung immer noch eine Schippe draufzulegen. Ende des Monats steht für das Drittliga-Team die erste Begegnung an. Trainer Jörg Förderer fordert von seinem Schützling vollen Einsatz. Er hat einen klaren Wunsch, wie die neue Saison verlaufen soll. Wäre schön, wenn wir das gleiche Ergebnis erzielen könnten wie dieses Jahr. Das wird richtig schwer werden, weil doch einige Vereine arg aufgerüstet haben und wir versuchen versuchen, unseren Nachwuchs heranzuführen an die Liga. Aber mir ist da nicht bange. Es wird schwer, aber es kann ja sehr erfolgreich werden. Der OSC versteht sich als Ausbildungsverein. Junge Talente sollen hier an die Seniorenmannschaften herangeführt werden. Der Preis viele wandern dann an die höher spielenden Vereine ab. Eines dieser auszubildenden Talente ist der 17-jährige Nico Biermann, der sowohl in der A-Jugend als auch in der dritten Liga spielt und parallel dazu noch die Schulbank drückt. Ja, es ist nicht ganz einfach, aber ich versuche halt so oft wie möglich dann zum Training zu kommen. So sechs, siebenmal die Woche ist es schon manchmal, aber ich brauche ja dann meine Pausen und Freunde sind ja auch noch da. Ein straffer Zeitplan, den das Teamgefüge entschädigt. Ich wurde sehr gut angenommen von allen Spielern. Also sie gehen auch gut mit mir um, obwohl ich mit Abstand der Jüngste hier bin. Dennoch, mit Sandhandschuhen wird Nico nicht angepackt. Doch das sind die Handballer gewöhnt. Wer Leistung bringen will, muss die Zähne zusammenbeißen. In jedem Training einen Fokus setzen, um das Optimum aus den Spielern herauszuholen. Und da stehen auch mal Einheiten auf dem Programm, die dem Team nicht ganz so viel Freude bereiten. Wir haben heute ein sehr trockenes Training gemacht, weil wir heute ausschließlich im taktischen Bereich gearbeitet haben. Das macht den Spielern nicht immer so viel Spaß, wie es normalerweise ist. Ja, grundsätzlich ist die Vorbereitung sehr hart anstrengend. Wir waren heute vorm Training laufen. Sinnvollerweise wäre es eigentlich besser nach dem Training. Aber durch die heilen Möglichkeiten, zeitlich begrenzt, ist es so, dass wir halt um halb zehn Schluss haben. Und dann kaum noch Möglichkeiten haben zu duschen, wenn wir nach dem Training laufen würden. Ja, so ist im Endeffekt der Ablauf. Schweißtreibend, hart in allen Bereichen arbeiten. Schweißtreibend, anstrengend und dennoch die absolute Leidenschaft des Teams. Die OSC Löwen machen sich bereit für die anstehende Drittligasaison. Drittligasaison.